Wieder einmal haben wir lecker gekocht, heute im Weingutspor in Worms-Abenheim mit dem Kochclub... Was ist rum, die Roulade hier? Lecker gekocht haben wir mal wieder im Weingutspor in Worms-Abenheim mit dem Kochclub Kukivomatia. Man sieht, es sind ganz viele Männer hier. Aber wir haben auch Frauen da, wie zum Beispiel die Tina aus ScienceGam, RP1-Hörer sind ja hier auch dabei, haben mitgekocht. Aber der Bernd hat heute hier den Hut auf, er hat das Zepter in der Hand. Bernd, was haben wir gekocht? Ja, wir haben gekocht, ich hoffe, ein wunderbar schmeckendes Spargelgemüse mit hauptsächlich weißen, aber auch etwas grünem Spargel. Einer wunderschönen Bechamelsoße, die wir mit etwas Ei legiert haben und mit Muskat und Butter natürlich abgeschmeckt haben. Dazu Petersilienkartoffeln, eine Kalbfleisch-Roulade gefüllt mit Stangenspargeln und dazu eine wunderbare Kalbssoße. Wir hoffen alle, dass es gelungen ist und wir wünschen einen guten Appetit. Ja, guten Appetit und viel Spaß beim Nachkochen auf rpa1.de. Tschüss! Tschüss!